hallo und willkommen zu einem neuen spiel und diesmal morpho polis ja ich werde heute nur einen etwas kleineren herausbringen über ein spiel dass ich für ich glaube 19 cent bekommen war also sehr reduziert und ist sehr interessant sagen wir mal so also der button ist übrigens zum beenden da und dann ist hier die zahl 1 und naja man sieht ich kann hier nichts machen auch wenn ich 1 drücke sendert nix egal ich drücke jetzt mal auf die 1 mit der maus so okay wir sehen irgendwelche pflanzen und raupen was die muss ich rüber ziehen oder wie aha okay sehr interessant auch rechts oben was geht denn da ach so dann kann ich wahrscheinlich meine frage nutzen okay und du gehst jetzt auch hier runter oder wie ein bisschen abhängen runter mit dir du bist was ich drücke mal die zahl 6 nun ach so ich muss die sammeln ah das heißt die teile müssen jetzt wachsen okay oder auch nicht jetzt brauche ich früchte welche früchte die hier ein wirklich tolles spiel würde ich jedem empfehlen für 19 cent ich meine wenn es karten gibt dann könnt ihr die ja verkaufen und verdient sogar noch ein minder geld ich glaube ich habe schon mal ein spiel gekauft wo ich mehr geld gewinnt gewinnt hat gemacht hatte so und nun los come on was ist hier los ist es ein spiel ich verstehe drei farben in einer reihe doch nicht hier wird auch viel erklärt das finde ich spitze ich versuche jetzt einfach mal alle farben in eine reihe zu bekommen also so und so hä hä wie mache ich das ah jetzt spitze jetzt habe ich die in einer reihe und nun war doch nicht so schlau also das würde passen dass diese teile hier an den rand kommen das wäre so die erste sache die ich logisch empfinden würde okay und dann vielleicht die an die ecken ran ich weiß es nicht oder ist auch eins moment ist auch lila das wird schon irgendwie ich verliere nie also packe ich das schon so das habe ich jetzt auch das jedoch gut ohne okay ich sehe gerade grün gibt es auch noch so gleich habe ich habe ich wusste ich bin gut es hat auch noch funktioniert wow und jetzt bestäubt er die wahrscheinlich okay sehr gut jetzt die letzte kommen ein wunderbares spiel und jetzt wird die wahrscheinlich davon wachsen komm einmal auswählen und bam eine raupe die jetzt zum kakao was glaube ich zumindest oder möchte die jetzt noch mehr ich hoffe nicht und nun die möchte wirklich noch das ganze zeug hier reicht ihr wohl immer noch nicht das 1 da ist 1 da ist 1 da ist 1 das ist wie so ein kleines versteckspiel ist hier noch irgendwas ne perfekt so ab keiner kann ich besch갑nen wer glaub ich das bestimmt französisch sowie das aufgesprochen wird wie .. ... wunderschön man merkt es waren profis die das spiel programmiert haben So möchte ich auch mein Geld verdienen. Was hier auch immer steht. Wahrscheinlich so Eigenwerbung. Ja. Miakro. Miakro. Äh, gut. Soll ich noch eine zweite Runde probieren? Was sagt ihr? Ach komm. Ein zweites noch. Jetzt bin ich gespannt. Wahrscheinlich werden sie jetzt zum Schmetterling. Weil man das ja nicht an den Teil packen kann. Okay, doch nicht. Hier ist irgendein Vieh. Und hier ist auch ein Vieh. Wahrscheinlich muss ich das Ding wieder irgendwo hinziehen. Ha, ich wusste. Ab nach oben mit dir. Äh. Brauche ich die? Was brauche ich? Ach hier. Und der braucht jetzt die hier. Das ist eher so ein Versteckspiel. Wie so ein Suchspiel. Kann ich hier hoch runter? Nee, kann ich nicht. Das was. Das. Das Zeug drin. Da komme ich aber nicht ran. Da. 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 Äh. Dahinter nicht. Und da ist auch eins versteckt. Äh. 2 Stück fehlen noch. Okay. 2 Stück fehlen noch. Was mache ich falsch? Komm, ich gehe nochmal runter. Nicht rücken. Ach, die möchte jetzt auch noch was anderes. Und was ist das jetzt? Die hier. Ich habe keine Ahnung. Kannst du noch woanders hin? Ah. Interessant. Dann geht es jetzt noch darüber. Ich weiß aber nicht, was die da wollen. In diesem grünen Zeug. Keine Ahnung. Ach genau, ich wollte ja noch etwas kleines erzählen. Ich habe vor, ähm, morgen so schnell wie möglich Terraria rauszubringen. Beziehungsweise vielleicht sogar heute. Und zwar ein Terraria 1.3. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, ich nehme jetzt irgendein Spiel, was ich jetzt nicht so, ähm, lange spielen könnte. Wobei ich muss sagen, es hat ja schon eine Riesen-Story. Na, wie doof. Ich muss jetzt extra außen rumgehen und darüber gehen. Da ist was. Da ist was. Da ist die letzte. Ah. Aber es war gut versteckt. Muss ich schon sagen. Ähm. Und nun? Wo ist der Käfer? Der ist da oben irgendwo. Ja, wo ist er denn? Da ist er. Los, zeig was du kannst. Äh. Was hat er jetzt gemacht? Achso. Ne. Der hat sich nur ein bisschen bewegt, aber das hat mir jetzt nicht viel gebracht, oder? Also, ich sehe hier jetzt nichts. Vielleicht. Begreife ich es auch einfach nur nicht. Aha. Ich kann hier auch noch hochgehen. Was ist das? Oh. Komm, weiter. Und was ist nun hier oben? Also, das Vieh sieht echt komisch aus. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Komm, lass dich hier aufschlägen. Ne. Es passiert nichts. Es fuchtelt nur ein bisschen. Ansonsten ist hier auch nichts. Ne. Ich finde hier nichts. Okay, dann wieder runter. Im Grunde muss ich davon nur noch ein einziges finden. Das Rest, äh, das letzte weiß ich ja, wo es ist. Glaube ich zumindest. Ne, ne. Müsste ich wissen. Äh, ja. Okay. Das ist natürlich blöd, wenn ich es nicht finde. Wir gehen jetzt erstmal hier runter. Da sauge ich erstmal das Teil raus. Danke. Da kann ich weitergehen. Schade. So, und jetzt hier rüber. Ist hier irgendwas? Ne, da ist nichts. Schade. Ähm, ja. So komme ich nicht ganz voran. Vor allem, was hat es mir jetzt gebracht, dass die sich so ein Stück bewegt hat? Hier ist doch nichts Neues. Ähm, ja. Ein tolles Spiel. Auf jeden Fall. Würde ich jedem empfehlen. Das ist super. Das ist so unglaublich. Gut und hochwertig. Und professionell. Und. Ich kann es gar nicht beschreiben. So gut ist es. Oh, jetzt habe ich schon wieder was Neues gefunden. Cool. Ganz viele Insekten wegnehmen. Das sind hier irgendwo Insekten. Da ist eine. Da ist eine. Da ist eine. Bam. So geht das. Du bist auch eins. Aber ich kann dich nicht nehmen. Okay. Ich glaube. Ich glaube, das Level ist zu hart für mich. Auch wenn wir gerade mal in Level 2 sind. Von 5. Ist es schon so knifflig. Die überfordern mich einfach mit der Schwierigkeit. Da ist eins. Da ist eins. Da ist eins. Da und da. Da. Ich finde es ist schon gut. Möchtest du mir auch noch eine Aufgabe geben. Damit ich komplett überfordert bin. Ne, ne. Schade. Ist hier noch irgendwas? Nein, ist es nicht. Ähm. Ja. War echt schön. Oh. Danke, dass da hinten sich was versteckt. Und ich das einfach nicht so sehen konnte. Ein einziges fehlt noch. Ging doch einigermaßen. Dann schauen wir nochmal unten. Vielleicht habe ich da einfach einen übersehen. Äh. Die doch nicht. Das. Na. Gefunden. Okay. Dann muss ich jetzt wieder runter. Spitze. Geh runter. Ja, dann geh hoch und dann geh wieder runter. Danke. So. Was kommt denn jetzt für ein Spiel? Aha. Das klang schön. Hä? Okay. Ach, da muss ein Muster hinterher. Hä? Mann, ich raff's nicht. Und nun? Ach so. Das heißt, ich darf da gar nicht drauf drücken, okay? Gut. Und nun? Habe ich nun was Neues ergattet? Ich glaube nicht. Oh doch, und so ein Fuß. Da, da war's Letzte. Yeah. Ich glaube, der Teil, der braucht verdammt lange. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, der geht schon sehr lange. Okay, und... Ja. So, 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 so... Das sieht irgendwie unpassend aus. Aber an sich... Ne, passt nicht. Schwachsinn. Äh... So... Das ist verdammt kompliziert, was sie da gemacht haben. Naja, das passt auf jeden Fall nicht. Grün geht dahin, 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 dahin. Ähm... Da, dahin, dahin, dahin. Da. Grün würde schon mal passen. Auch wenn es echt doof aussieht. Das heißt, gelb würde jetzt dahin gehen. Dahin. Das sieht doof aus. Ich kann es aber nicht anders machen, egal was ich mache. Das ist immer das selbe. Dahin. Ach, gelb ist ja hier. So. So. Nein, das passt nicht. Das macht auch keinen Sinn. Gelb da, da. Nur runter. Hoch. Blödsinn. Darunter. Jetzt geht ja schon wieder zu weit. Darunter. Mir fällt einfach nichts ein, was ich sonst machen kann. So. Geht immer hoch oder darunter. Wenn ich den darunter schicke, dann geht er eindeutig dahin. Also müsste ich den eigentlich schon hier umändern. Aber dann würde grün nicht mehr gehen. Das ist auch schlecht. Dann muss ich gelb. Ne, hier ändert es nichts. Hier auch nicht. Naja doch. Der würde dann hier hoch gehen. Ob das so gut ist? Ich weiß nicht. Ne. Würde nichts bringen. Wenn er hier hoch geht, dann geht er ja sozusagen dahin. Und ab da kann ich nicht mal hier rüber schicken, weil dann würde der Weg nach Blauni gehen. Also muss ich das hier so haben. Ja. Nochmal von vorne. Da geht er hin. Und dann ist er rot. Das ist nicht okay. Das ist nicht so. So spitze. Wenn ich so mache, geht er hoch her. Stimmt. Und egal was ich hier mache, das ändert ja nichts. Ach Gott. Man merkt, ich bin mit so einer leichten Aufgabe gefordert. Dann fange ich jetzt an, rot zu legen. Rot muss dahin. Das heißt, rot geht dahin. Geht sowieso dahin. Da könnte ich gar nichts ändern. So. Rot geht jetzt wieder hoch. Hä? Rot geht hoch, da runter, da hoch. Blödsinn. Da runter, da runter. Kommt an. Rot passt schon mal und grün passt auch. Das ist gut. Das ist sehr gut. Blau geht jetzt da runter, da runter, da runter. Äh. Naja. Blau würde jetzt hier in Gelb reingehen. Das ist nicht so richtig. Also wenigstens habe ich die jetzt schon mal verbunden, aber nicht so. So soll das nicht sein. Ihr kennt bestimmt schon eine Lösung und findet das total doof, was ich mache. Egal. Ähm. Ich finde allerdings die Lösung nicht. Ich bin zu doof dafür. Der geht da runter. Kann ich machen, was ich will? Das ist leider so. Dann geht er da runter. Darüber. Da kann ich auch nichts dran ändern. Außer ich würde ihn jetzt extra nochmal so rüber schicken. Und das wäre ein bisschen doof. Und dann geht er da rüber. Und wenn ich das jetzt abbrechen würde, dann könnte nichts anderes zum Gelben gehen. So. So. Oh. Oh. Ich habe es jetzt irgendwie. Hä? Okay. Okay. Gut. Gut. Ich habe es wohl jetzt richtig. Jetzt ist die Frage, wo ich die restlichen grünen Teile finde. Das ist einer. Das ist gut. Das könnte. Nein. Nein. Ich schaue nochmal unten nach. Ja. Ja. Na ja. Nicht so toll. Ansonsten vielleicht werde ich das auch in zwei Teile schneiden. Wenn ich wirklich so lange brauche. Äh. Ein einziges fehlt mir noch. Ein einziges. Äh. Da finde ich nichts absolut nirgends. Ne. Hier oben ist nichts. Hundertprozentig. Ähm. Bisschen Grünzeug. Bisschen Grünzeug. Überall Grünzeug. Aber nicht das Grün, was ich brauche. Das muss dann unten sein. Das kann gar nicht anders sein. Vielleicht übersehe ich es auch einfach mal. Ne. Hier ist nichts. Oder die haben es wieder hinter irgendwas versteckt, wo ich es nicht sehen kann. So. Jetzt nochmal genau beobachten. Was ist das? Ne. Das ist nicht richtig. Der wird schon wieder hochlaufen. Verdammt. Ähm. Was kann ein Bein sein? Ein so artiges Bein. Das ist Dias selbst. Der kann hier gar nichts dran ändern. Oh. Was mache ich jetzt? Ähm. Ich fände es nicht. Nein. Du gehst da wieder rein. Du gehst. Hm. Rein mit dir. Also es hat nichts mit der Figur zu tun. Und jedes grünen Zeug, was ich hier sehe, bringt mich auch nicht voran. Ach, hier. Es gibt ja diese Hilfe. Ich weiß noch nicht, was die Hilfe bringt. Lässt sie das vielleicht aufleuchten? Nee. Also hier ist es nicht. Da muss es oben sein. Außer das Teil funktioniert nicht. Da wäre ich sehr enttäuscht. Das wäre natürlich gar nicht gut. Weil ich gebe mir so vor die Mühe und dann geht es gar nicht. Man merkt, ich versuche ununterbrochen da irgendwo eine Stelle zu finden, weil es für mich nicht logisch ist. Hä? So winzig. Warum? Oh. Wo gebe ich das ab? Ach, ganz unten. Dankeschön. Oh ja, das wird ein neuer Aufnahmerekord. Nee, wird es natürlich nicht. Ich habe schon meinen Teil mit einer Stunde hochgeladen. Egal, wird in zwei Teile gepackt. Ich hoffe, das stört euch nicht. Dann habt ihr... Ja, morgen wahrscheinlich einen Teil mehr. Ich hatte ja eh vor, mal nachzuholen. Na, nee. Danke. Startet jetzt ein Spiel. Oder habe ich es jetzt verbuggt? Oh, nicht schon wieder sowas. Nein, nicht hoch, nicht hoch. Nochmal runter. Hier fehlt bestimmt noch irgendwas. Nicht, dass ich es nachher vergessen und dann wieder runtergehen darf. Ähm... Das... Das... Nee. Nee, hier fehlt auch nichts. Ich nehme alles zurück. Dann geht's hoch. Hier fehlt auch nichts. Glaube ich. Ja. Das passt schon so. Und da und da und da und da noch eins. Perfekt. Wo muss ich die abgeben? Wahrscheinlich hier, oder? Oder muss ich wieder runter? Oh, ich muss wieder... Diese blöde, blöde Heuschrecke. Die möchten mich nur mobben. Wahrscheinlich muss ich die blauen Teile hier danach auch einsammeln. Die wirken so auffällig. Oder diese roten. Keine Ahnung hier. Kann alles irgendwie... Mitnehmbar sein. Weiß ich nicht. Was geht jetzt ab? Hast du eine neue Aufgabe für mich? Ich weiß ganz genau. Du wirst mir was Neues erklären. Hallo? Nicht okay. Gut, dann gehe ich wieder hoch. Vielleicht ist der Weg jetzt frei. Das weiß ich nicht. Mal sehen. Okay, ich bleib jetzt einfach hier oben. Ach, ich leuchte jetzt auch, merke ich gerade. Vielleicht hat die jetzt Respekt und weiß... Ey, yo, der ist gut. Oder ich stinke jetzt so schwer, dass die sich zusammenzieht. Nicht? Warum nicht? Hier bin ich... Oh, Mann. Nochmal runter. Ja. Aber ich muss sagen, für ein Spiel, das 19 Cent gekostet hat, ist es verdammt gut. Also, naja, okay. Lässt ich drüber streiten. Aber, ich meine, 20 Cent, das ist das Geld, was mir jemanden kurz schenkt, wenn er es sich Essen holt oder wenn man es sich Essen holt. Keine Ahnung. Das ist eine Kleinigkeit. Und dafür ein Spiel spielen, wo man nachdenken muss. Okay, das ist eher ein Suchspiel. Witzig. Das macht keinen Sinn. Warum auch hier? Das macht keinen Sinn. Warum? Ich leuchte, du leuchtest. Wir leuchten gemeinsam. Das ist schön. Komm. Ich gehe jetzt. Sorry. Ich gehe jetzt. Obwohl ich mir gerade so viel Mühe gegeben habe. Ich muss jetzt wieder hoch. Du möchtest nichts von mir? Dann gehe ich mal da runter. Vielleicht zieht ihr mich von der Seite viel lieber. Oder will dann kommunizieren. Nach Hause, Telefon, nach keiner Ahnung. Hm. Ich finde die Lösung nicht. Moment. Okay, ich habe meine Flügel bewegt. Das war schön. Ach, das ist einfach nur da, um zu zeigen, in welche Richtung ich gehen kann. Glaube ich, oder? Ja. Hm, okay. Also, die haben sich sehr viel dahinter gedacht. Die Macher. Hallo. Kann ich dir helfen? Oder kannst du mir helfen? Ich glaube nicht, aber wir können es ja mal versuchen. Hä? Ach so, ich habe mich nur gedreht und war dadurch weg. Schade. Los. Okay, es macht keinen Sinn. Tut mir leid. Ich werde den Teil an der Stelle abbrechen. Ich finde hier einfach nichts. Egal. Ähm. Ja. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Es ist ein interessantes Spiel, muss ich schon sagen. Wenn ihr mehr Teile wollt, dann gebt mir Bescheid. Dann würde ich es nochmal versuchen. Vielleicht habt ihr irgendwelche Ideen, wie es gehen könnte. Weiß ich nicht. Gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Das ist es, wir haben aus. Bis dann. Bis dann.